Ja, liebe Freunde, willkommen zurück bei Far Cry Primal. Wir sind wieder bei Urki, dem Denker. Und ich trau' mich ja fast gar nicht. Hilf Urki dabei, sich gegen Bären zu verteidigen. Okay, Leute, ihr wisst's ja, neuer Mief, oh Gott, ihr wisst ja Bescheid, es handelt sich um Urki und... Oh, na Hors, wuuu, wuuu. Hors Urki, wak Hors, wak Wadad, wak Wadadry. Hors Urki, fat Ass Cash Yarsh. Uuuuuuuh Uhrki, now a faddaus'a. Urki, now a fatass. Shrash! Shrash! Oh, passed the mask and now a fatass. Now a fatass, ha harsh shetawwa. Hoh, ich hab's geh'n. Äh, hast du das gehört? Was Depp Depp wieder will? Jetzt will er sich mit nem Bären anlegen und ihm mit seinem eigenen Gestank vertreiben. Äh, die Mief-Zutaten, ich bin gespannt, welche stinkenden, schleimigen, verwesten Dreckslöcke wir jetzt irgendeine Pampe zusammensuchen müssen. Wo ist denn das? Wo müssen wir denn da hin? Ops! Ich hab auf die Minimap geguckt gerade. Um ihm hier jetzt seinen... seinen Kran zusammen zu... punchen... äh... jaaaa... So, ich denke, das höher hochklettern müsste jetzt eigentlich erheblich schneller gewesen sein, als wenn der Katze aus... sag nicht Mammutscheiße! Aha, der ist auch schon ein Bär! Ich pack mal die Katze weg, bevor die Mammutscheiße wieder total ausrasten... jaaa... zischen wir einfach durch... Nasshorn scheiße! Honigwaben... und einen gezähmten Braunbär! Nasshorn scheiße! Nasshorn scheiße! Ich... Ich... Ich hab's geahnt! Was war das?! Aha! Nasshorn mag es nicht, wenn mein Nasshorn scheiße klaut! Alles klar! Dafür klau ich Nasshorn scheiße! Und... noch mehr Nasshorn scheiße! Und noch ein bisschen Nasshorn scheiße! So, ein Kackenhaufen fehlt uns noch! Den! Nehmen wir den! So, und du bleibst gechillt hier, ja? Nasshorn scheiße, Clown! Also... Ja, ist noch einer, den lassen wir liegen, denn... ich hab, was ich brauche! So, wir mischen da hoch! Was ist jetzt los?! Ah! Ich hab für euch jetzt so... So... Überhaupt keine Zeit! Ich brenne so ein bisschen! Ist jetzt Ruhe! Ist jetzt Ruhe! Dammt nochmal! So, was brauchen wir hier? Einen... Einen Bären! Ja, ganz ruhig! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Die es hier ganz offenbar hier gibt! Was ist mit ihm los? Warum ist der Toad? Man weiß es nicht, man munkelt nur! Finde ich denn jetzt Honigwaben? Da haben wir eine! Machen wir den Jäger blickern! Vielleicht sehe ich die da ein bisschen eher da hinten haben wir eine! Sooo... Und nun? Warum? Eine brauchen wir noch! Eine brauchen wir noch! Und dann geht's nicht mit ihm los. So und da oben ist eine Honigwabe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir da rankommen. Gibt es noch eine andere irgendwo, die vielleicht etwas günstiger liegt? Ich glaube nicht. So, da haben wir einen unbekannten Ort entdeckt. Da verlasse ich das Gebiet. Das geht nicht. Vielleicht mit einem... Das war schon knapp jetzt. So. Und da haben wir die einen gesammelt. Ah, hier wären... Alles klar. Hier wären alte Haken gewesen. Das hätte also einfacher sein können. Wie immer. Ich... Nein, ich will nicht... Nein. Nein, ich will nicht hoch. Ich will runter. So. Okay. Was jetzt muss... Ich darf den Braunbären nicht ins Bestiarium schicken. Das ist jetzt doof gelaufen. Scheiße. Moment. Wie ist das, wenn ich ihn hier wieder einfach rufe? Geht das dann wieder? Ja. Okay. Gehen wir nichtsdestotrotz zu Fuß jetzt weiter. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ist gar nicht weit weg. Okay. Ah. Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt. Natürlich wird diese Bär ihn jetzt zerfetzen. Und dieser Mief wird nicht funktionieren. Und... Ich bin da schon mal gespannt. Wie er schreit. Urkri. Urki. Der Vollpfosten. Der hat sich so an die Eier gerieben. Uuaaaaaah. Hei du. Jetzt passt mal auf. Jetzt gehst du zu dem Onkel hin und reißt dir so richtig den Arsch auf. Aber nicht beißen. Es wird ekelhaft schmecken. Richtig scheiße wird das sein. Hast du fein gemacht. Hast du nur gehauen, nicht... Hey, weißt du was? Mission Universum. Du stinkst. Okay. Ach, guck mal. Bärenreiten geht ja auch. Ja, liebe Freunde. Damit verabschiede ich mich von einer weiteren Mission von mit Urkri oder Urki oder wie auch immer dem stinkenden Steinrüstungs-Zweifeder-Profi Was ist denn das da? Hammer hat. Steintour entdeckt. Nein! 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 Nicht schlechter Spich. Okay, nichtsdestotrotz. Liebe Freunde, ich verabschiede mich von euch von Far Cry Primal für heute. Ich hoffe, ich hoffe, wie immer, dass ihr bei diesen Urki-Missionen so viel Spaß hattet wie ich. Und bis zum nächsten Mal. Tschau! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.